Im Skandal um das Datenanalyseunternehmen Cambridge Analytica hat sich Facebook-Chef Mark Zuckerberg in einer 10-stündigen Anhörung den Fragen der Abgeordneten im US-Kongress gestellt. An den zwei Tagen gelang es weder ihnen noch den Senatoren, den 33-Jährigen ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Die Menschen hätten Kontrolle darüber, wie ihre Informationen für gezielte Werbungen bei Facebook genutzt würden. Wenn man keine gezielten Werbungen haben wolle, die auf die Informationen des Users zurückgreife, dann könne man diese Informationen für den Datenhandel sperren. Bei dem Skandal hatte der Entwickler einer Umfrage-App Informationen von Facebook-Nutzern unrechtmäßig an die Firma Cambridge Analytica weitergereicht. Diese arbeitete später für das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump.